Auf dem Weg zur Apotheke überlege ich, wonach ich dort am unauffälligsten fragen soll. Ein allgemeines Beruhigungsmittel, etwas gegen Tinnitus, der sich gelegentlich auch als klare Stimme im Ohr äußert, etwas zum Eindämmen seltsamer Wahrnehmungen, sowie zum Auseinanderhalten von Wahrnehmung und Realität, oder viel Gut-Tropfen als Essenz irgendeines besonderen Krautes? Meinen Computer befragt fanden sich zu jedem Buchstaben im Alphabet ein bis zehn Beruhigungsmittel. Die Auswahl zwischen Baldrian und Valium ist immens und überforderte mich als medizinischen Laien heillos. Der Blick in eines dieser Foren zu werfen, in denen sich Hilfeschrei ein Hilfeschrei reiht, um dann mit oder ohne schnell getippten Doktortitel beantwortet zu werden, oder einfach mit gut gemeinten Ratschlägen diverser Kräuterversteher überhäuft zu werden, erspare ich mir. Dalibors gelbes Postgefährt steht mitten auf dem Gehsteig. Ich muss ausweichen, während ich mit der Stimme in meinem Kopf debattiere, wie ich sie am effizientesten loswerden könne. Dalibor beobachtet mich aus der Einfahrt heraus. Er grüßt, doch für einen Gruß habe ich keine Zeit. Ich bin zu sehr ins Gespräch vertieft. Er glaubt, ich telefoniere und trage dazu einen Kopfhörer im Ohr, anders lässt sich mein Selbstgespräch nicht deuten. Schon ist er auf sein Mofa gestiegen und schneidet mir jetzt den Weg auf dem Gehsteig ab. Briefschlitze finden sich überall. Ich bleibe stehen und lasse ihn passieren. Er fixiert meine Ohren, kann keine Stecker entdecken und schaut mich direkt an. Diese In-Ear-Stecker werden noch komplett unsichtbar. Ich bleibe stehen und frage ihn, ob er Post für mich habe. Er verneint. Die Stimme in meinem Ohr insistiert. Sie lasse sich nicht abstellen. Sie werde so lange bleiben, bis ich den Humor in all seinen Ausprägungen gefunden und Zurückkehr gebracht habe. Langsam glaube ich, es ist wirklich meine einzige Chance, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Auch das Kratzen und Springen des Marders über meinem Kopf frage ich lautstark in die Luft. Auch Harlequin, Pierrot, Pantalon, Pulcinella und Skaramusch und all diese Verrückten, die mich verfolgen, rufe ich ins Leere. Dalibor schaut mich verwundert an. Er scheint wirklich zu überlegen, ob eine Frau oder Herr Harlequin oder eine Familie Pierrot in seinem Zustellungsgebiet wohnen. Er geht die Namen der für ihn zuständigen Briefschlitze durch, während ich in die Luft schreie. Er wird nicht fündig und schüttelt den Kopf. Entnervt frage ich ihn, ob er wisse, wo der Humor wohne. Dalibor wirft mir einen sehr prüfenden Blick zu. Dann lacht er los. Der Humor soll sesshaft sein, aber hier sicher nicht. Hier gibt es wenig zu lachen. Zumindest bei der Post lacht eigentlich keiner. Wirklich nicht? Nie, frage ich nach. Sind Sie ganz sicher? Dalibor wird unruhig, zuckt mit der Schulter. Selten, ja, aber nur äußerst selten lacht auch schon mal einer. Die Stimme in meinem Kopf lobt meinen Einsatz als guten Anfang. Das vermeintliche Lob verärgert mich. Ich begebe mich unter einem ernstzunehmenden, dafür mein und zwar ausschließlich für mein Dasein, sehr beklemmenden Zwang, aus dem nirgendwo auf eine lächerliche, absurd anmutende Suche nach etwas nicht fassbarem, aber fassbar verlorenen Gegangenen, das ich zurückbringen soll ins Hier und Jetzt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das fertigbringen soll. Schlecht, sehr schlecht, heilt es im hinteren Teil meines Kopfes. Ich effe den Briefträger nach und zucke wie er mit der Schulter. Mein Zucken ist ein achtloses Zucken. An den sich automatisch öffnenden Türen der Apotheke gehe ich vorbei. Meine Schritte sind energisch. Dadibor füllt die Briefschlitze mit einem verhaltenen Grinsen. Die Frage nach dem Lachen auf seiner Arbeitsstätte hat einen Nachklang. Eduard Albert Rousa kommt zu spät zur Arbeit. Als er mich sieht, beschleunigt er seinen Schritt und schaut demonstrativ auf die andere Straßenseite. Mein Kopfnicken erwidert er nicht. Wozu auch? Ich bin nur eine der vermutlich zahlreichen Verrückten, die ab und an durch den Park streunen, der unter seiner Aufsicht steht. Ich beschleunige meinen Schritt. Ich will einfach nur weggehen. Der Park ist kein Zufluchtsort. Ich brauche keine Aufsicht. Ich will nur raus, dieser Stimme davonlaufen, meinen Gedanken entfliehen. Der abgegriffene Aufdruck eines T-Shirts, ich bin dann mal weg, kommt mir in den Sinn. Ich gehe ohne Aufdruck. Ich laufe. Ich renne die schmalen Gassen hinauf. Ich überrunde eine abgemagerte, muskulöse Läuferin, die erfolglos versucht, diese sportliche Schmach nicht auf sich sitzen zu lassen. Ich lasse Häuser und Vorgärten hinter mir. Ich hetze. Das Grün um mich wird dominanter. Die Anzahl der Häuser nimmt ab. Bäume, Sträucher, ein morscher Holzzaun. Ein Weinberg liegt vor mir. Der Weg ist nicht mehr asphaltiert. Ich stapfe in den tiefen Spuren eines Traktors. Zu beiden Seiten Weinreben. Ganz oben ein Ausblick aufs Grün, auf Grau. Der Weitblick von oben auf die Stadt. Ich blicke auf die Dächer der Häuser. Voneinander und voreinander. Das Blau nimmt sich zurück. Obwohl sie zahlreich sind und immer neue aufsteigen, bleiben sie für sich. Verlieren sich nicht im Blau. Sie ziehen ihre Kreise leicht und unbeschwert. Das Spiel am Himmel ist berauschend. Ich wiege meinen Körper im Takt des Schwebens und würde gerne mit diesen Farben dahin ziehen. Der Gedanke, nicht bloße Farben, sondern der Humor in all seinen Ausprägungen schwebe am Himmel, fährt in meinen Kopf, drängt alles andere Denkbare beiseite und zementiert sich in meinem Denkzentrum. Äußerst vielfältig und bunt wäre der Humor am Himmel vertreten. Als satter Farbfleck, als geometrisches Muster, fröhliches Gesicht der Comicart, als konservative Raute mit geflochtenem Schweif, gehalten von den Luftströmen und allesamt an Schnüren durch den Wind gelenkt. Die dünnen, fast unsichtbaren Fäden fallen mir erst jetzt auf. Ich senke meinen Kopf zum anderen Ende der Leinen. Auf einer baumlosen Wiese unweit von mir enden die Schnüre in den Händen vieler Menschen. Der Wind reicht heute aus, um alle Drachen bei sich zu beherbergen, zur großen Freude der Besucher und Schaulüstigen. Kaum einer, der keine Schnur abgewickelt hat, kaum einer, der nicht den Kopf nach oben reckt. Meterlange Flugkörper werden noch am Boden ausgelegt und dann an mehreren Leinen dem Wind überlassen. Sie wiegen sich ruhig in den Lüften. Verschiedene Papierkonstruktionen zappeln wild umher, bis sie ihre Positionen am Himmel gefunden haben. Ich habe die vielen Menschen, die sich hier oben zum Drachenfestival versammelt haben, weder gesehen noch gehört. Ich wähnte mich ganz alleine auf dem höchsten Punkt der Stadt. Sie mussten erst Farbe in die Luft spritzen, um von mir wahrgenommen zu werden. Ich beherrsche die Kunst der Verdrängung, das ist offensichtlich. Warum schaffe ich es dann nicht, diese Stimme zu überhören oder auszublenden? Es sollte doch einfacher sein, etwas nicht zu hören, als eine ganze Versammlung von Menschen und Flugkörpern gar nicht erst wahrzunehmen. Schwebt der Humor am Himmel? Ist es das, was man von mir erwartet, die Humorarten aus ihrem Schweben zu reißen, sie herunterzuholen, ihren Flug aufzuhalten, um dann meterweit Nylonschnüre aufzuwickeln? Legt sich der Wind, landen sie von alleine wieder im Gras. Doch ist einer unaufmerksam, lässt einer die Leine aus der Hand, könnte es um diese Art des Humors geschehen sein? Hält vielleicht nur einer hier den eigentlichen Humor am Band? Der grauhaarige Hippie? Die dickbauchige mit überdimensionalen Lettern namens Hero auf dem allzu prallen Busen? Die Gruppe cooler Teenies mit Fluppe in der einen und gleich mehreren Schnüren in der anderen Hand? Das knutschende Paar im Gras, er hat den Faden leger um ihr Fußgelenk gebunden? Die Durchschnittsfamilie mit zwei Schnüren am Kinderwagen festgezurrt? Der unauffällige Typ im Rollkragenpullover, der mit vier Schnüren leicht und professionell lenkt? Die fröhlich umherrennenden Kinder, die sich gerade in den eigenen Schnüren verheddern? Der Hund mit der angebundenen Schnur am Halsband, der laufen soll, aber nicht will und so seinen Besitzern den Spaß verderbt? Ich weiß nicht einmal, nach wem ich wirklich suchen soll. Mein Blick heftet sich an das zusammengesackte Fleisch im Rollstuhl. Ein Greis mit verwachsenem, zur Seite geneigtem Rücken, auf dem Kopf, der schief im Nacken baumelt. Um den Kopf spannt sich eine Baskenmütze, unter der er kaum noch hervorschauen kann. Den Faden, an dessen Ende der Drachen schwebt, hält der Alte mit letzter aber noch ausreichend verfügbarer Kraft in der verkrampften Hand. Das Schweben seines Drachens erfreut ihn derart, dass er unbeschwert lacht. Hörte ich nur dieses ansteckende, laute Lachen, würde ich es niemals einem Bündel Knochen zuordnen. Er hält keinen Drachen, diese fragile Erscheinung jongliert den Humor an der Strippe. Er lacht, das Leben kehrt zurück in das in sich gekauerte Überbleibsel im Rollstuhl. Er freut sich, dass der Drache an der Schnur für ihn am Himmel tanzt. Der Aufrechtstehende hinter ihm, der seinen Rollstuhl schiebt, ist vermutlich sein Sohn. Der Sohn filmt den Drachen am Himmel. Der Drachen gleitet, hüpft mit dem Winden, schwebt losgelöst innerhalb seines vorgegebenen Radius. Ich bin am Ziel, das spüre ich. Ich werde den Drachen an mich nehmen. Ein Vorwand findet sich schon. Ich gehe zu den beiden und verwickle sie in ein Gespräch. Der Drache löst sich abrupt. Der Faden reißt ab. Der bunte Fleck entschwindet in Sekunden. Der Zusammengesackte im Rollstuhl, der Sohn hinter dem Rollstuhl, schauen in den Himmel. Der eine durch die Linse seines Handys, der andere unterm Rand der Baskenmütze. Der Drache ist schon nicht mehr auszumachen. Der Alte röchelt. Sein Antlitz ist schmerzerfüllt, zerfurcht. Der Sohn verstaut das Handy in der Jackentasche. Der Alte bekommt einen Hustenanfall. Der Alte ist schmerzerfüllt, zerfurcht.